Hallo, wie schön, dass du reinhörst hier beim Podcast Wage Mutig, mit Impulsen, Insights und Interviews zu der Frage, wie du es schaffst, dir mutig ein Leben nach deinen Vorstellungen zu erschaffen, sodass du in der Rückschau sagen kannst, was eine geile Zeit. Mein Name ist Annika Seidenfaden und ich bin dein Business Coach, wenn du dich nicht mehr zufrieden geben willst mit etwas, das ganz okay ist oder mittelmäßig oder sicher, aber nicht wirklich und für dich ganz persönlich großartig ist. Hello, hello, in dieser Podcast Folge nehme ich dich nochmal mit zum Kilimanjaro. Und warum? Weil ich in den letzten Wochen und insbesondere in den letzten Tagen nochmal so krass für mich festgestellt habe und gespürt habe, was diese Reise eigentlich alles verändert hat bei mir und ja, dass sie wirklich wesentlich, wesentlich mehr war, als einfach nur in Anfangsstrichen nach Tansania zu fliegen und einen hohen Berg zu besteigen. Und warum das ist und was ich eigentlich alles mitgenommen habe und warum ich glaube, dass das, ja, dass da auch für dich so viel Inspiration drin steckt, ja, das teile ich mit dir in der Folge und ich freue mich ganz doll, dass du zuhörst. Meine Reise zum Kilimanjaro. Ja, das war ja, das habe ich ja, glaube ich, auch im Intro schon gesagt, 2019 und ja, es war für mich einfach auf so vielen Ebenen viel mehr als nach Tansania zu fliegen und einen knapp 6.000 Meter hohen Berg zu besteigen. Und ich habe ja irgendwie an einer anderen Stelle schon mal gesagt, dass ich, dass ich immer gedacht habe oder als ich das gebucht habe oder mich dafür entschieden habe, da mit zu fliegen oder hin zu fliegen und dieses, also das zu machen, habe ich ja gedacht, ja, das ist eine physische Challenge, super, mache ich jetzt irgendwie auch noch, weil das ja das Jahr war, in dem ich mich selbstständig gemacht habe. Ich bin irgendwie Anfang 2019 gesprungen aus meinem angestellten Job und entschieden für die Reise habe ich mich im Herbst 2018 und war da irgendwie so total in diesem, in diesem, in diesem Flow und in diesem Höhenflug, den du hast, wenn du tatsächlich dich entscheidest, jetzt wirklich deinen Weg zu gehen, das zu machen, was dir wichtig ist, das zu machen, was dir was bedeutet und ja, das hat einfach was unglaublich, wie sagt man das im Deutschen, also irgendwie es hat sowas vom Self-Empowerment wirklich, du bist so, bist du voll in deiner Kraft und deiner Stärke und ziehst daraus ganz viel Energie und Begeisterung und dann gibt das Ganze, hat irgendwie so eine Schubkraft. Und das war auf alle Fälle irgendwie so der, der Gefühlszustand, in dem ich eben im Herbst 2018 war, weil ich irgendwie gewusst habe, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt meinen Weg und so, was by the way nicht heißen soll, dass ich nicht zwischendrin auch Nächte hatte oder Momente hatte, wo ich so gedacht habe, oh Gott, oh Gott, was mache ich hier eigentlich und was, wenn es nicht funktioniert und eigentlich habe ich noch gar kein genaues Konzept und 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 und. Also falls du gerade an dem Punkt bist, möchte ich dir nur sagen, es war jetzt auch nicht immer nur Höhenflug, aber ich würde sagen, dass das überragende Gefühl oder das stärkere Gefühl, das war auf alle Fälle eben diese Begeisterung und aus dieser Begeisterung heraus habe ich dann damals irgendwie gedacht, ja, yes, Chaka, ich mache jetzt irgendwie auch noch, das mache ich jetzt auch noch, es fühlt sich irgendwie richtig an und ich habe ja dann damals gedacht, ja, das ist einfach, das ist, was mich physisch herausfordert und hatte damals so den Gedanken, naja, es zwingt mich ja dann in Anführungsstrichen auch ganz gut dazu, dass ich halt irgendwie auch körperlich an mich denke, dass ich vorher irgendwie trainiere und Sport mache und auf mich achte und dass ich irgendwie gesund bin, weil ich da ja dann auch hinfahren will und dass das ja irgendwie für den Start der Selbstständigkeit gar nicht schlecht ist, weil wenn du irgendwie am Anfang noch Solopreneur bist, dann steht und fällt das Business ja mit dir. Also wenn es dir nicht gut geht, wenn du krank bist, wenn du irgendwie traurig bist oder irgendwas einfach an dir arbeitet und nagt, dann wirkt sich das ja eigentlich relativ unmittelbar auf dein Business aus. Und ja, und deswegen habe ich halt damals gedacht, ja gut, dann machen wir das jetzt. Fühlt sich irgendwie und ist jetzt in der Rückschau ein bisschen witzig, logisch an, sinnvoll an. So habe ich mir das damals ja irgendwie schön geredet oder was ist schön geredet? So habe ich mir das halt erklärt, warum das ja jetzt eigentlich eine gute Sache ist. Nicht ahnend, dass diese Reise so viel mehr sein würde als eine physische Challenge, dass ich emotional, mental, spirituell, ja auch physisch, aber eben auf allen Ebenen mich so krass weiterentwickeln würde. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich das glaube ich damals hätte greifen können, was diese Reise für mich wird, ich glaube, dann hätte ich mehr Respekt davor gehabt, dahin zu fliegen. Also es war irgendwie ganz gut, dass ich da so völlig, ja, im Endeffekt ohne große Erwartungshaltung hingeflogen bin. Und ja, was das jetzt irgendwie für mich bedeutet hat und warum mich das so verändert hat, das möchte ich eben jetzt heute gerne mit dir in der Podcast-Folge teilen, weil ich irgendwie glaube, dass da einfach auch für dich ganz viel drin steckt, was du für dich mitnehmen kannst und wo du mal reinfühlen kannst, ob da noch irgendwas in dir ist, was ich vielleicht auch irgendwie zeigen möchte, geliebt werden möchte, wo du dich abschneidest von manchem Ding. Und eine Sache noch vorweg, bevor ich dir das alles erzähle. Also es ist irgendwie super früh morgens, ich sitze jetzt hier irgendwie mit meinem Kaffee vor meinem Laptop mit meinem Mikro und eigentlich wollte ich für diese Woche eine ganz andere Podcast-Folge aufnehmen, aber es muss jetzt irgendwie raus. Ich habe so viel in den letzten Tagen nochmal darüber nachgedacht, was diese Reise für mich war, dass ich das eben heute gerne mit dir teilen möchte. Und wenn du jetzt denkst, ja, das macht sie jetzt aber nur oder das erzählt sie jetzt alles nur, weil eigentlich möchte sie ja nur, dass ich die Magic Mountain Mission buche, dass ich eigentlich will sie mir ja nur ihr Programm verkaufen. Dann kann ich dir sagen, ja, klar möchte ich das, aber ich möchte das nicht, also oder mir geht es nicht darum, dir das irgendwie zu verkaufen, sondern ich möchte dich begeistern dafür. Ich möchte dir erzählen, wie toll das war. Ich möchte dir erzählen, ich möchte dich mitreißen und dir klar machen, was diese Reise für dich bereithält. Und natürlich wünsche ich mir, dass du mitkommst, aber einfach aus dem Grund heraus, weil ich weiß, dass diese Reise dich verändern wird. Wenn du, also ich kann dir beinahe garantieren, dass wenn du einen Funken Menschlichkeit in dir hast und das weiß ich, dass du den hast, weil ansonsten würdest du diesen Podcast nicht hören, dann ist es nahezu ausgeschlossen, dass diese Reise dich nicht berührt. Dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du diese ganzen Monate jetzt durchläufst, weil wenn du dich jetzt anmeldest, dann ist ja, oder wenn du dich jetzt entscheidest, dann fängt deine Reise jetzt an, heute. Weil allein die Entscheidung dafür, deinem Impuls zu folgen, was zu machen, worauf du Lust hast, was zu machen, dich einzulassen auf dieses Abenteuer, allein das wird schon was verändern. Und vielleicht hast du irgendwie lauter Abers in deinem Kopf. Oder Fragezeichen, was, wenn ich nächstes Jahr irgendwie gerade einen neuen Job angefangen habe. Was, was ist, wenn ich irgendwie überhaupt gerade mit dem Gedanken spiele, mir was Neues zu suchen und es fällt dann irgendwie komisch zusammen und dann will ich vielleicht nicht nach Urlaub fragen. Was, wenn das mit meinen Kindern nicht geht? Was, wenn ich schwanger werden möchte? Was, wenn, wenn ich gesundheitlich irgendwas habe? Aber all das sind ja irgendwie Dinge, wo schon irgendwie so viel drinsteckt von, frag dich doch an, also stattdessen mal, was, wenn es einfach richtig geil wird? Was, wenn diese Reise genau das ist, was du brauchst als nächsten Puzzlestein? Was, wenn diese Reise genau dir diese Gedanken, diese Emotionen schickt, dass du dann zum Beispiel für dich völlig klar bist, was dein beruflicher Weg ist, was du gerne möchtest, was du nicht mehr möchtest. Wenn, wenn dir auf einmal klar wird, was für eine Art von Mama du sein möchtest. Wenn du irgendwie loslässt und vielleicht deswegen schwanger wirst. Wenn, wenn du mal lernst, darauf zu vertrauen, dass dein Körper dich tragen wird und darauf zu vertrauen, dass er dir zeigt, was eigentlich alles in ihm steckt und du dann völlig überwältigt davon bist, weil du dir das vielleicht irgendwo selber gar nicht zugetraut hast. Verstehst du? Allein deswegen kann das schon ein krasser Schritt sein. Für mich war damals der krasse Schritt, dass ich zwar nicht diese ganzen Bedenken hatte, aber dass ich überhaupt nicht verstanden habe, warum ich da hin soll. Dass ich zwar gedacht habe, ja, es ist eine physische Herausforderung, aber ich meine, physische Herausforderungen hätte ich mir auch anders suchen können. Ja, hätte ich auch einen Marathon laufen können oder hätte irgendwie, weiß ich nicht, hätte mich im Fitnessstudio verausgaben können. Das war irgendwie mein kleiner, mein kleiner Kopf, der irgendwie mir gesagt hat, so ja, du machst das wegen der physischen Herausforderung. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, hatte ich keine Ahnung, warum ich da hin soll. Weil ich hatte noch nie in einem Zelt davor geschlafen. Ich war noch nie wandern vorher. Also außer mal irgendwelche Spaziergänge. Aber so wandern, wirklich mal ein paar Stunden am Stück, niemals. Ich liebe die, ich liebe das Meer und nicht die Berge. Ich war noch nie in den Alpen. Ich kann fairerweise auch nicht Ski fahren. Also insofern kommt es im Winter nicht in den Alpen oder irgendwo in den Bergen. Aber im Sommer erst recht nicht. Ich finde, mich engt das ein. Ich mag das nicht, in den Bergen zu sein. Also vielleicht, wenn ich ganz oben stehe, aber irgendwie so dazwischen zu sein, finde ich irgendwie fürchterlich beklemmend und mag ich überhaupt nicht. Ich hatte keine Ausrüstung. Das war für mich zum Beispiel schon, bevor ich diese Reise angefangen habe. Eine Sache, dass ich gedacht habe, krass, ich weiß nicht warum. Ich habe kein logisches Argument. Das einzige Argument, was ich habe, ist, dass mein Herz mir sagt, flieg da hin, mach das. Trau dich. Lass dich ein auf dieses Abenteuer. Also insofern ist das vielleicht schon was für dich. Und angefangen habe ich damit ja, dass ich irgendwie dir sagen wollte, schalte jetzt sozusagen nicht ab, weil du irgendwie denkst, ja, die will mich ja nur quasi überreden. Ich will dich nicht überreden. Ich will diesen Funken in dir entzünden, dass da einfach was Magisches auf dich wartet. Dass du dich auf eine Weise wirst erfahren, wie du das vorher noch nie gemacht hast. Dass du auf eine Art und Weise präsent sein wirst, wie du es wahrscheinlich noch nie warst. Als ich da war, waren da viele, viele Asiaten im Team. Aus Bangkok, aus Thailand, aus Japan waren ein paar, aus Malaysia. Also viele wirklich aus dem asiatischen Raum. Und lustigerweise auch ein paar Brasilianer. Und insbesondere die aus Asien, die haben zu mir gesagt, weißt du was, Annika, wir versuchen das jedes Jahr zu machen. Wir versuchen jedes Jahr zum Kilimanjaro zu kommen. Einfach und allein, schon aus der Tatsache heraus, abgesehen davon, dass es noch ganz viele andere Dinge gibt, die toll sind, weil wir dann mal eine Woche off sind. Weil wir mal eine Woche nicht zugeballert werden mit Nachrichten, mit E-Mails, mit allen möglichen Push-Notifications. Bei denen ist es ja auch noch, also ich glaube wirklich viel krasser in Bangkok. Mit tausend Leuchtreklamen. Überall will irgendwas deine Aufmerksamkeit. Überall ist es noch greller, lauter, bunter. TikTok, YouTube, die hatten alle irgendwie Smartwatches, wo sie irgendwie quasi vorher, bevor wir dann losgegangen sind, irgendwie regelmäßig wieder gesehen haben, was irgendwie für Nachrichten reinkommen. Und die haben zu mir gesagt, dass diese sieben Tage, wo du auf diesem Berg bist, wo du nur bei dir bist, wo nichts von außen deine Aufmerksamkeit fordert, außer dass du staunen kannst über die Natur, die sich verändert, über den Sonnenaufgang, über den Sonnenuntergang, über dass du den Schneebedeckengipfel irgendwo siehst, dass die Pflanzen sich verändern, dass du Gespräche führst mit denen, die mit dir mitwandern, dass du ansonsten mal bei dir bist. Und dass sie daraus so viel Kraft schöpfen und so viel Ruhe und so viel Energie, weil daraus dann wieder coole Ideen entstehen, weil ihnen irgendwie Sachen bewusst werden, weil sie wieder bei sich ankommen, dass sie das quasi aus purer Selbstliebe jedes Jahr nochmal machen. Und ich kann das für mich auch bestätigen. Und ich habe schon immer von mir gesagt, ich bin nicht jemand, der ständig am Telefon hängt, der nicht ständig guckt. Und alter Schwede kann ich nur sagen, habe ich in diesen sieben Tagen gemerkt, wie doll ich doch irgendwie an diesem Gerät hänge, wie doll ich doch irgendwie unterwegs bin auf Instagram, Facebook, E-Mails. Hier nochmal kurz was nachgucken, da nochmal kurz was checken. Und diese Klarheit, von der ich immer erzähle, dieses, dass ich für mich so auf einmal völlig, völlig deutlich wusste. Und mit jeder Faser gespürt habe, was ich möchte, was mein Weg ist, wovon ich weniger will, welche Personen ich in meinem Leben haben möchte, welche ich vielleicht auch wirklich weniger in meinem Leben haben möchte. All das habe ich deswegen gespürt und erfahren, weil ich so präsent war, wie noch, glaube ich, wirklich noch nie davor. Und das Schöne ist, dass für diese Präsenz, ich glaube, dass es in der Tat auch deswegen besonders gut ist, weil, weil du deinen Körper die ganze Zeit mitnimmst, weil du dich bewegst, weil alles in Bewegung ist. Aber nicht in so einem Maß, dass du irgendwie quasi dich auspowerst wie beim Joggen oder dass du jetzt irgendwie möglichst schnellen, möglichst steilen Berg hoch gehst, so ist das da ja nicht, sondern du arbeitest dich quasi rund um den Berg rum. Also du gehst ja nicht den kürzesten direkten Weg den Berg hoch. Und das heißt, du bist zwar auf den Beinen den ganzen Tag und du wanderst irgendwie, aber es ist jetzt ja nicht so, dass das, dass das die ganze Zeit ultra anstrengend ist. Also es wird später ein bisschen anstrengender, wenn es halt wirklich hoch ist, was einfach daran liegt, dass deine Atmung, dass du da ein bisschen mehr drauf achten musst. Aber auch das ist ja wieder so genial, weil ich meine, wo achtest du sonst noch auf deine Atmung? Wo wird es sonst noch benutzt? Beim Meditieren. Und Meditieren sorgt ja auch dafür, dass du total bei dir bist, dass du präsent bist, dass deine innere Stimme sich mal wieder melden kann mit all den Dingen, die sie dir mitteilen möchte oder deine Intuition oder dein Higher Self, ist egal, wie du es nennst. Aber all das, was in dir schlummert, was dir eigentlich deinen Weg zeigen möchte, das hörst du ja immer dann, wenn du still wirst, wenn du präsent wirst, wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst. Und genau das machst du, je höher du kommst, dass du mehr bei dir bist, dass du mehr auf deinen Atem achtest, dass das alles in so einem ganz ruhigen, gleichmäßigen Rhythmus geht. Und das ist, glaube ich, auch dann ein Teil davon, warum sich auf einmal so viel klärt in dir drin. Warum du auf einmal so bei dir bist, warum du so präsent bist, warum du dich so lebendig fühlst, wie noch nie davor. Warum du so spüren kannst, wie schön das ist, da draußen zu sein, in der Natur und irgendwie so bei dir mit einer coolen Gruppe Menschen. Also, dass du sozusagen für dich bist, aber du bist halt trotzdem nicht alleine. Also, das war für mich wirklich, ich glaube, irgendwie mit das größte Geschenk dieser Reise. Und ja, das ist schon, das war schon anstrengend dann am Ende, irgendwie eben an dem Gipfeltag, wo du, wo du frühmorgens geweckt wirst, eigentlich mitten in der Nacht, wo du dann noch ein kleines Frühstück zu dir nimmst, wenn sich dann alle fertig machen. Aber kannst du dir diesen Zauber vorstellen? Kannst du dir vorstellen, wie schön das ist, wenn so ein bisschen Aufregung in der Luft liegt, wenn sich jeder fertig macht, wenn jeder seinen Rucksack packt, wenn du weißt, du bist total beschützt, weil auf jeden Teilnehmer in dieser Gruppe kommen drei Porter, drei Menschen, die quasi sich um dich kümmern, die aufpassen. Das heißt, du kannst dich so reinfallen lassen in dieses Abenteuer. So wie früher, weißt du, wenn du irgendwie auf dem Spielplatz warst und dich irgendwie ausprobieren konntest an einem Klettergerüst oder mit irgendeiner crazy Schaukel, ich weiß nicht, was es irgendwie war. Aber so wie damals, wenn du eben als Kind wusstest, unten an der Rutsche steht irgendwie Mama oder Papa und die fangen mich wieder auf und mir kann eigentlich nichts passieren. Und ich kann jetzt irgendwie noch eine Stufe höher klettern und noch eine Stufe höher klettern, weil ich weiß, die sind da und die fangen mich auf. Diese Sicherheit hast du irgendwie auf dieser Reise. Zumindest so wie, also wie die Magic Mountain Mission zum Beispiel ist. Es gibt auch andere verrückte Leute, die da hochgehen, die sich irgendeinen Porter irgendwo holen und dann da einfach losstiefeln. Das ist nicht das Erlebnis, von dem ich spreche. Ich spreche von diesem geschützten Rahmen, den du da hast und der ist dir dann einfach erlaubt, über deine eigenen Grenzen zu gehen. Der dir erlaubt, dich mal wieder auszuprobieren. Und kannst du dir vorstellen, was du dann irgendwie für ein Glücksgefühl und eine Adrenalinausschüttung hast, wenn du eben deinen Radius mal wieder ein bisschen erweitert hast, wenn du dich neu ausprobiert hast, wenn du was gemacht hast, von dem du vorher vielleicht gedacht hast, das kann ich nicht oder das ist zu viel für mich, das ist pure Magie. Da wirst du dich so lebendig fühlen. Wir hatten Tränen des Glücks in den Augen, als wir da oben auf dem Gipfel standen. Und es ist ja nicht nur diese, es sind nicht nur diese sieben Tage wandern und diese Stille und diese Ruhe und dieses in der Natur sein und runterkommen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube ja, dass das immer wichtiger werden wird, dieses, dass wir uns mal Inseln der Ruhe schaffen, in denen wir durchatmen, in denen wir, in denen du das alles mal verarbeiten und, ja, Process ist das gleiche Verb, also verarbeiten kannst, was da alles auf dich einstürmt im Alltag, damit du mal wieder aus dir heraus agieren kannst, damit du rauskommst aus diesem immer nur darauf zu reagieren, was im Außen ist und welche Anforderungen im Außen an dich gestellt werden, sondern dass du halt wirklich aus dir heraus weißt, okay, das möchte ich, da ist mein Weg, das ist mein Leitstern, das möchte ich machen, davon will ich mehr, jetzt geht's los, ich hab mich erfahren und dann los geht's. Also das allein ist schon irgendwie der absolute Wahnsinn. Und dann diese unfassbare Gruppe, das war auch irgendwie einfach für mich der Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hatte auf einmal das Gefühl, als hätte ich hundert große Brüder, die auf mich aufpassen. Und die tanzen mit dir und die lachen und die freuen sich und die, weißt du, die bauen irgendwie morgens, wenn wir das Camp verlassen, dann bauen sie irgendwie dein Zelt ab, nachdem sie dir irgendwie ein fulminantes Frühstück serviert haben. Also es gab wirklich alles und so ist das bei der Magic Mountain Mission auch. Also da gibt ein wunderschönes, großes Essenszelt, wo wir alle an einer langen Tafel sitzen. Die haben sogar Tischdecken, die sie mit hochnehmen. Weißt du, so schöne, mit so afrikanischen Mustern. Und dann gibt's irgendwie Toast und Marmelade und Pancakes und Eier und ich weiß nicht, was du alles haben möchtest. Also was ist alles, es gibt eigentlich alles, was du haben möchtest. Und Kaffee und Tee und heiße Schokolade und du wirst sogar mit Kaffee beziehungsweise mit Tee oder heißer Schokolade, je nachdem, was du haben möchtest, morgens an deinem Zelt geweckt. Ich meine, wie genial ist das bitte? Du wachst morgens auf davon, dass irgendwie vor deinem Zelt jemand irgendwie gegen den metallenen Kaffeebecher klimpert und dir irgendwie sagt, dass dein Kaffee oder deine Schokolade fertig ist. Und dann kriegst du einen Becher heiße Schokolade oder Kaffee oder Tee in die Hand gerückt und sitzt in deinem muckeligen Schlafsack, kannst schon irgendwie den, quasi da die Zelttür aufmachen, sodass du rausgucken kannst in diese atemberaubende Landschaft, sitzt in dieser unglaublich klaren Luft, wo ja irgendwie eigentlich keine Verschmutzung ist, trinkst deinen Kaffee oder Tee, wirst langsam wach und weiß, dass einfach wieder ein mega schöner Tag vor dir liegt. Genau, und dann kümmern sie sich um das Frühstück, dann kümmern sie sich darum, dass wenn wir dann das Camp verlassen, dass die die ganzen Zelte wieder abbauen, dass die dein großes Gepäck, also du hast ja sozusagen deinen Tagesrucksack, wo du irgendwie eben den Regenstück Zeug drin hast, also Regenjacke und sowas, deine Stirnlampe, Wasserflaschen, Snacks, aber ansonsten ist in diesem Tagesrucksack eigentlich nichts drin, weil du nichts brauchst. Und alles andere, dein ganzes anderes Gepäck, das tragen die. Das heißt auch da, du kannst dich irgendwie so, ja so voll reinfallen lassen in dieses Abenteuern, das ist einfach so schön, weil du eben nicht alles tragen musst, weil du nicht abends, wenn du müde bist, dein Zelt noch aufbauen musst, weil du nicht morgens dein Zelt abbauen musst, weil du dich nicht noch irgendwie quasi mit so einem kleinen Campingkocher drum kümmern musst, dass du jetzt irgendwie eine Portion Nudeln bekommst oder so. Morgens, mittags und abends bekommst du köstlichstes Essen. Es ist unglaublich, was die da alles auf diesem Berg zaubern. Und das Krasse ist ja auch noch, dass die auch das ganze Wasser mitschleppen. Also es gibt irgendwie, ich glaube ungefähr auf halber Strecke ist nochmal, gibt es nochmal wie so eine Art Gebirgsbach. Das ist die letzte Stelle, wo man überhaupt irgendwie nur Wasser bekommen könnte. Aber die nehmen irgendwie Wasserkanister vom Basecamp aus mit. Das heißt, du hast ja auch jeden Abend irgendwie die Möglichkeit, dir irgendwie die Hände zu waschen, dein Gesicht mit frischem Wasser zu waschen. Also es ist einfach der absolute Wahnsinn. Und dann laufen sie fröhlich tanzend und singend an dir vorbei mit diesem ganzen Gepäck und den ganzen Sachen, die sie den Berg hochtragen und haben den Spaß ihres Lebens und strahlen eine gute Laune aus, die wirklich unglaublich ist und sind einfach für dich da und wollen irgendwie, dass du die schönste Erfahrung deines Lebens hast. Und auch das ist wirklich einfach unfassbar berührend. Und es ist eben, es ist das, es ist dieses Team, es sind die Porter, es ist die Natur, es ist die Ruhe. Es ist am Anfang diese zwei Tage mit den Kindern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war noch nie in Deutschland in einem Waisenhaus. Ich und du bestimmt auch, wenn du diesen Podcast hörst. Wir sind so gesegnet im wahrsten Sinne, dass wir irgendwie in einem Umfeld aufwachsen, wo sowas einfach nicht Realität ist, wo es uns allen total gut geht. Und dann irgendwie in diese Schule zu fahren und mit diesen Kindern eben einen Tag zu verbringen, das war bei uns eben der erste Tag, wo wir denen irgendwie kleine Geschenke mitgebracht haben, Malbücher, Anziehsachen und so. Und dann durften die sich am Anfang irgendwie was aussuchen. Die durften irgendwie, weißt du, das war dann irgendwie so, es gab irgendwie einen großen Raum und dann hatten wir in der Mitte irgendwie einen großen Tisch auf oder mehrere Tische aufgebaut und hatten so ein bisschen thematisch die Sachen sortiert, die wir eben mitgebracht haben. Also Anziehsachen, Schuhe, Malsachen, Sachen für die Schule, Spielzeug, Bälle, alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Und dann durften die da eben rein und durften irgendwie dreimal irgendwie rein und sich irgendwie was aussuchen. Und dann eine Art irgendwie, ja, wir hatten dann irgendwie sozusagen irgendwie ein Kind, was wir so ein bisschen an die Hand genommen haben, mit dem wir dann da durchgegangen sind und ihm irgendwie alles gezeigt haben und halt geguckt haben, dass er sich was Schönes aussucht. Und ich hatte so einen kleinen Jungen an der Hand und, Entschuldigung, muss mich ein bisschen sammeln. Genau, und der hat sich dann in der ersten Runde hat er sich eben ein paar Schuhe ausgesucht. Irgendwie so ganz coole Turnschuhe in seiner Größe und so. Und dann ist er wieder irgendwie raus und dann waren die anderen erst mal dran und dann war irgendwie die zweite oder die dritte Runde, das weiß ich nicht mehr, aber auf alle Fälle halt eine danach. Und dann hat er sich irgendwie ein größeres Paar Schuhe genommen. Und dann meinte ich irgendwie zu ihm so, naja, aber du hast doch die Schuhe gerade genommen und das andere Paar Schuhe hatte ja deine Größe. Diese hier sind doch irgendwie viel zu groß für dich. Weil ich irgendwie gedacht habe, vielleicht findet er die einfach so cool oder so schön, weißt du. Und dann guckt er mich irgendwie an und sagt so, ja, aber die sind für meinen großen Bruder. Und das ist einfach so berührend. Weißt du, es ist total toll, wenn du die Chance hast, irgendwie am Ende des Jahres oder vielleicht machst du das auch jeden Monat, Geld zu spenden an Organisationen, die du unterstützenswert findest. Aber nichts schlägt diesen Moment, wenn du da irgendwie sitzt und das so am eigenen Leib spüren kannst. Und wenn du weißt, dass du da gerade an dem Tag einen Riesenunterschied gemacht hast. Und wir haben so viel gelacht und gespielt und die haben uns so stolz alles gezeigt. Und es war wirklich einfach ein so bewegender Tag. Und ich glaube, du merkst es auch jetzt gerade. Und das ist auch der Grund, warum ich ja irgendwie einen Teil meiner Einnahmen aus dem Coaching eben auch quasi genau da hinschicke, weil das wirklich, weil mich das einfach über die Maßen berührt hat. Und weil sozusagen der unglaublich schöne Teil und der, der mich irgendwie auch so bestätigt hat in dem, was ich machen möchte, ist irgendwie dieses Gefühl von, dass du was abgeben kannst, dass du die mitnehmen kannst auf deiner Reise, dass die auch davon profitieren, wenn du in deinem Leben erfolgreich bist, wenn du die Sachen machst, die dir am Herzen liegen, wenn du, wenn du deinen Weg gehst. Und ich weiß einfach, dass wenn du da auch wärst, es würde dich genauso berühren wie mich. Es geht eigentlich nicht, dass dich das nicht berührt. Und das Coole ist ja auch noch, dass wir bei der Magic Mountain Mission zum Beispiel ein eigenes Projekt haben. Das heißt, irgendwas werden wir uns suchen, was unser Magic Mountain Mission 2022 Projekt ist. Vielleicht ist es irgendein Zimmer im Krankenhaus. Vielleicht ist es irgendein Flügel, den wir bauen. Vielleicht ist es, ich weiß nicht, wir hatten irgendwie letztes Mal zum Beispiel, dass wir an dem Waisenhaus, dass wir das ja fertig gemacht haben. Also es wird irgendein Projekt geben, wo du weißt, okay, daran war ich beteiligt. Das steht da jetzt nur, weil ich da mit dabei war. Und das ist einfach grenzensprengend. Naja, und dann am Ende sozusagen auch noch diese Safari. Das war für mich schon auch nochmal. Ich war zwar schon in Afrika und aber da nochmal so einzutauchen in diese unglaubliche Natur, Artenvielfalt, Tiere, diese Luft zu riechen, diesen Staub in der Nase zu haben, diese rote afrikanische Erde zu sehen und mit dem Jeep da irgendwie durch die durch die Savanne zu brettern und dann eben aus Entfernung, ohne natürlich irgendwelche Tiere zu stören, Elefanten zu sehen, Giraffen zu sehen. Also es war irgendwie, ich weiß auch nicht, für mich war das wirklich auch nochmal ein ganz toller Tag und ich bin so voll im wahrsten Sinn des Wortes, so erfüllt mit Eindrücken nach Hause geflogen, dass ich das am Anfang gar nicht alles greifen konnte und dass es irgendwie auch so schwer war, das jemand anders zu erzählen, weil wenn du so eine Transformation mitmachst, wenn du irgendwie so eine Reise machst, wo du irgendwie merkst, okay, das hat jetzt echt was verändert, es hat irgendwie was aufgebrochen, es hat irgendwie Dinge klarer gemacht, es hat dazu geführt, dass du völlig bei dir bist, dass du irgendwie weißt, wer du sein möchtest, was für ein Leben du leben möchtest, was du, wem du vielleicht irgendwie noch sagen möchtest, dass du, weiß ich nicht, wem du verzeihen möchtest, wem du sagen möchtest, dass du ihn oder sie liebst, wem du, mit wem du mehr Zeit verbringen möchtest, da passiert so viel emotional, das ist schwer in Worte zu fassen, wenn du zurückkommst und deswegen, weißt du, ich hätte mir damals irgendwie gewünscht, dass da jemand gewesen wäre, der das für mich so ein bisschen auffängt, der mich noch begleitet, wenn ich wieder da bin, der, du kommst dir vielleicht so ein bisschen vor oder so kam ich mir irgendwie vor wie so ein Alien, weißt du, der irgendwie zurückkommt und der, für den sich irgendwie so neue Welten geöffnet haben und dann sitzt dir irgendwie gegen jemand gegenüber und fragt, und wie war es und du versuchst davon zu erzählen und du merkst irgendwie so richtig, der verstehe oder die versteht dich gar nicht, die kann das gar nicht oder dein Gegenüber kann gar nicht greifen, was das eigentlich für ein Erlebnis war und wenn dann irgendwie nur so Fragen kommen nach, boah, aber das war doch bestimmt ganz schön anstrengend und wie war das denn mit der Höhe und du möchtest die ganze Zeit eigentlich nur sagen, ja, aber darum geht es gar nicht. Am Ende geht es nicht darum, dass das anstrengend ist. Es geht nicht darum, ob du dann wirklich den Gipfel schaffst. Es geht darum, wer du auf dieser Reise wirst. Es geht darum, was du über dich erfährst, dass du dich veränderst, dass du Grenzen sprengst, dass du neue Sachen zulässt, dass du neue Träume anfängst zu träumen, dass du neue Pläne schmiedest, dass du dich einlässt, präsent bist in dem Moment. Und das kann man manchmal schwer jemand erklären, der dann nur denkt, oh, das ist aber jetzt irgendwie, das ist ja krass, dass du da jetzt irgendwie auf einem 6000 Meter hohen Berg warst. Und ja, es ist krass. Und es gibt auch nicht viele Menschen auf der Welt, die das gemacht haben. Und trotzdem ist das der Anlass der Reise, aber eigentlich nicht, nicht das, worum es geht. Und deswegen ist diese Reise und dieser Berg ist im Endeffekt steht so sinnbildlich für alles. Weißt du, egal, auch wenn du dir vornimmst, dein eigenes Business zu gründen oder irgendwie einen anderen großen Traum hast, wo du im Moment noch denkst, wie soll ich das schaffen? Wie soll das gehen? Eigentlich geht es darum, wer du auf dem Weg wirst. Ob du bereit bist, neue Erfahrungen zuzulassen, ob du bereit bist, dich einzulassen, ob du mehr vertraust, als dass du Angst hast, ob du bereit bist zu scheitern und trotzdem losgehst, ob du bereit bist, die Unsicherheit auszuhalten und trotzdem gehst, weil du einfach weißt, im Nachgang wäre ich traurig, wenn ich es nicht zumindest probiert hätte. Ja, so. Und das und nicht weniger ist unter anderem diese Reise zum Kilimanjaro für mich gewesen. Mir erlauben, mir zu erlauben, wirklich voll und ganz wieder zu gehen in dieses, was will ich, wo will ich hin, was ist mir wichtig? Und wieder Herz, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und nicht immer nur aus dem Kopf heraus zu entscheiden. Ja. Und ich kann nur sagen, wenn das irgendwie was ist, wo du denkst, das hört sich jetzt echt spannend an und vielleicht hast du gerade auch noch keine Ahnung, wie das irgendwie klappen soll. Vielleicht gibt es irgendwelche kleinen Hindernisse oder große Hindernisse, die du dir in deinem Kopf gerade zurechtlegst. Dann kann ich dir nur sagen, frag dich eher, wie kannst du es dir möglich machen? Wie kannst du es dir erlauben, dass du die Dinge machst, wo dein Herz sagt, ja, wo es kribbelt, wo es dich hinzieht? Weil ich kann dir eins versprechen. Das Leben ist nur dann so spannend und aufregend und verändert sich irgendwie auf eine schöne Art und Weise, wenn du dir tatsächlich irgendwie mehr erlaubst, den Dingen zu folgen, die dir Spaß machen, die kribbeln, die sich spannend anfühlen, die Aufregung versprechen. Und wenn du immer wieder die gleichen Dinge machst, die du bis gestern gemacht hast und trotzdem aber erwartest, dass sich irgendwie für dich was ändert oder dass du irgendwie besser darin wirst, deine Gefühle zu zeigen oder dass du lernst, größer zu träumen oder dass du dir mehr zutraust, dann wird das nicht passieren. Alles fängt bei dir an. Du darfst dich verändern. Und wenn du dich veränderst, verändert sich alles um dich rum. Genau. Und deswegen, wie gesagt, wenn es dich ruft, wenn da was ist, wenn es kribbelt, wenn du mehr erfahren möchtest, geh auf meine Seite www.annikaminusseitenfaden.com, trag dich ein für den Newsletter, schreib mir direkt eine E-Mail, sag, du willst dabei sein, nächste Woche Samstag. Wobei, nee, das ist dann sogar diese Woche Samstag. Also auf alle Fälle am 23.10. ist unser nächster Team-Call mit allen, die sich schon entschieden haben, dabei zu sein. Und wer weiß, vielleicht bist du ja auch schon mit dabei. Ich würde mich auf alle Fälle wahnsinnig freuen. Und wenn es was ist, was dich nicht ruft, ist auch total okay. Aber dann nimm für dich mit, dass es sich immer, 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 immer lohnt, auf die Dinge einzulassen, die kribbelig sind, die dich rufen, die sich spannend anfühlen. Und auch, wenn du im Moment vielleicht noch nicht weißt, wie das klappen soll, dir das nicht sofort zu verbieten oder dir diese Chance abzuschneiden, sondern dich darauf einzulassen und loszugehen. Und ja, bei diesem Abenteuer wünsche ich dir auf alle Fälle ganz viel Spaß. Bis zur nächsten Folge.